Die Torns sind total teuer Das halte ich vielleicht nicht, aber ähm... Sowas ähnliches Sowas ähnliches Aber ja, aus der Rechte ist teuer Äh, die Preise... Wie schon gesagt, ich bin bereit 60€ zu zahlen, aber dann will ich alles Dann will ich ein vollständiges Spiel einfach haben Wie viel hundert kriegst du alles? 3, 2, 1... Oh, oder? Das ist richtig lächerlich Ich glaub, du konntest dann 10 Skins damit holen, glaub ich, oder so Ja, wow Hast 100€ bezahlt, hallo? So Bei dem müssen wir schon ein bisschen mehr aufpassen, glaub ich Ja, wird langsam Anstrengend, ne? Ja So Schön Bis auf das Ende aber Das kann man noch überarbeiten Jo So Oh, nice Oh, sorry Das war ich Ja, unsere Enden sind aber kacke Achtung, Wiener Hattori will mich abstauben Huuuuh Runter damit Wett mit Scheiße Baaah Mit mein Gesicht Oh, diese Beideleitung Help me Help me, hast du gesagt? Jo Okay Sehr gut Jesus Das muss mir tun Das finde ich gleich die Autombombe zu finden Manchmal muss das wieder was sein Klipp Hau noch mehr drauf Hau noch mehr drauf Hau noch mehr drauf Oh, fast Achtung Achtung Lol Hast du gerade rausgerannt? Ja Okay Aber ich glaube das ist so ein So ein Leck Sollen mir das jetzt leid tun? Nein Hat die ein Glück Haha Bombe Bombe Haha Nein Ich dachte schon Es wäre typisch gewesen, aber nicht schön Da hätten wir auch verloren oder so durch irgendwas Ja bestimmt Silber Und Das sieht doch langsam schon besser aus Es geht wieder in die richtige Richtung Super, aber jetzt müssen die starken Gegner kommen Ja Also jetzt werden wir richtig zerfickt Hä, wir waren Platin, Mann Ja, aber Die ganzen Platin-Spieler waren ja auch auf Bronze und das ist ungefähr Hä, die können uns hier der Zeit begegnen, aber ich habe jetzt nicht so speziell Angst in diesem Moment Finde ich meine, unser Raging wurde ja nicht komplett auf null gesetzt, dann irgendwie schon gleich auf 50 oder sowas Böse Mietze Alter, die Mietze ist krass Habe ich doch gesagt Habe ich doch gesagt Und dann Irgendwie Und dann Und dann Oh Ich habe ihn Nein, du hast ihn Ich dachte ich habe ihn überhaupt gestorben mit dem Wurf Ach so Nee Shit sorry Alles gut Oh Gott Alles gut Noch Ja Böse Mietze Toll Wie gehen die Sprünge aus? Oh Ich konnte ja nicht abbrechen Ich konnte ja nicht abbrechen Ich konnte ja nicht abbrechen Mietze ist gleich wieder tot Der andere hat ja auch nicht gefühlt Shit Aber ich habe noch ein Leben Wie viel habt ihr noch? Ich habe bloß noch eins Beides im roten Bereich Ach dann Nein Nein Oh Ich will noch deinen Kill Tja Kriegt er nicht Jihau 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 Ich habe nicht mehr einen Balken Was soll das denn? Das ist ja arm Also Wofür kämpfen wir das? Lange meinen Balken Das ist echt so Der Balken muss wachsen Bis zur Unendlichkeit Und noch viel viel weiter Hup Alle im blau Was ist denn da los? Ich glaube allianz Ich merks Ohhhh Kombo Boah der war schön Kann das so erwischt Sorry Alle auf den Hauf Das muss wehtun Shit Da war ich zu gierig Ja schlatt Sie ist ja auch Diese Auflichterung Boah genau dazwischen Doppelachs Hält besser ne? Boom Boom Let's play out Doppelachs Oh die Kamera Wär schon hier Wär schon hier Hat dich da auch schon Noch in meine Mine rein Das wär lustig gewesen Ach scheiße So weg Stopps nicht gissab Sauber Der Angriff trifft eigentlich online recht selten Deswegen mach ich den auch nicht hoch Der ist echt zu langsam Feedback Nice Hudeупgelinkt Lord Na gemacht Du warst hier in dem Toten überhaupt die fliegende axe sehr effektiv sehr effektiv